Der nächste große Content Drop von Grinny Gear Games zu PoE 1 und PoE 2 ist durch und ich bin völlig buff. Ich hätte nicht mit diesem Umfang gerechnet und auch mit dieser schlechten Nachricht. Denn Path of Exile 2 war auch ein Thema, das werden wir sicherlich nochmal in einem eigenen Video behandeln. Lasst gerne ein Abo hier auf dem Kanal da, falls ihr das nicht verpassen wollt. Hier in diesem Video wird es um Path of Exile 1 gehen. Aber so viel schon mal vorweg, die Path of Exile 2 Beta wird auf Ende des Jahres verschoben. Es wird weiterhin eine Alpha geben zum ursprünglich angepeilten Termin im Juni. Aber es wird halt nicht der volle Beta Release sein, wo alle dann wirklich Hand anlegen können. Aber kein Grund traurig zu sein, denn eigentlich war das wirklich eine richtig große, geile Ankündigung. Denn Path of Exile 1 wird so riesig erweitert. PoE 324 Necropolis startet erstmalig für PC und Konsole am gleichen Tag. Wir haben zum einen Bossing Content. Es gibt neue Bosse, neuen Endgame Content für Bosser. Es gibt Mapping Content. Also wir können wahrscheinlich, voraussichtlich wie es aussieht, recht viel extra Juice auf unsere Maps kriegen. Und wir können außerdem auch noch eine Crafting Mechanik genießen. Denn mit Path of Exile 324 Necropolis kriegen wir alles 3 geliefert. Aber mal langsam lasst uns die einzelnen Neuerungen im Überblick anschauen. Wir fangen an mit der Necropolis Liga Mechanik. Der Totengräber stattet uns hier mit der Laterne von Arimor aus und damit können wir Geister sichtbar machen. Diese Geister belegen die Monster und machen sie stärker und geben uns natürlich mehr Beute. Welche Monster von den Geistern befallen werden, sehen wir, bevor wir die Map oder Zone betreten. Dieses Menü könnten wir zwar ignorieren, aber besonders schlau wäre das nicht, denn dann werden die ganzen Modifier zufällig festgelegt und das kann ziemlich böse enden. Jede Zone wird also unumgänglich durch die Liga Mechanik verstärkt und damit schwieriger. Uns wird angezeigt, welcher Monstertyp wie häufig in der Zone auftaucht und damit können wir beeinflussen, wie viele Monster und welche Monster den jeweiligen zusätzlichen Mod bekommen. So können wir die Schwierigkeit selbst bestimmen. Damit können wir auch typische Effekte wie zum Beispiel mehr Quantity of Items Drop bekommen. Einige der Monster können außerdem All Flame Glut verlieren. Die können wir vor Zone Eintritt auf die jeweiligen Mods anwenden und erzielen damit zusätzliche Effekte. Ohne auch da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, ist eines der Dinger sicherlich etwas, was viele Path of Exile Spieler freuen wird, denn eine All Flame Glut gibt uns die Möglichkeit wieder Tattoos zu bekommen, mit denen wir unseren Skilltree modifizieren können. Das ist aber selbstverständlich noch nicht alles, denn die heimgesuchten Leichen der Monster sammeln wir ein und können aus diesen im Friedhof Gegenstände herstellen. Und dabei sind wir total frei in der Gestaltung und wir können unzählige Monsterleichen miteinander kombinieren. Alle diese Monster haben nämlich unterschiedliche Effekte. Somit können wir nicht nur das Crafting-Geschick in unserem Interesse lenken, sondern auch Unique-Gegenstände auf diese Weise herstellen. Das Ganze wirkt wie ein echt spannendes, aber gleichzeitig mächtiges System, in dem es sicherlich sehr viel zu entdecken gibt. Das Ganze erinnert mich sehr an eine Kombination aus dem alten Harvest Crafting und dem etwas neueren Expedition Rock Crafting. So viel zur Liga-Mechanik an sich, aber es gibt natürlich noch viel mehr zu berichten. Machen wir weiter mit einer Übersicht der Endgame-Änderung. Die Uber Boss Atlas Tree Nodes werden komplett entfernt, aber dafür kommen neue Tier 17 Endgame-Maps hinzu, die wir überall im Endgame erbeuten können. Davon gibt es insgesamt 5 Stück, die alle neue Endgame-Bosse haben mit eigenen Mechaniken, die wir erstmal meistern müssen. Und diese neuen Bosse der Tier 17 Maps geben uns eben dann zukünftig die Uber Boss Fragments, die wir zum Beispiel für Eater of Worlds oder Searing Exac in der Uber Variante brauchen. In diesem Zuge wurde die Drop-Tabelle der Bosse und Uber-Bosse angepasst und die sind jetzt unabhängig voneinander. Also sowohl Uber-Bosse als auch normale Bosse haben Unique Items, die nur von ihnen fallen gelassen werden. Damit lohnt es sich jetzt auch wieder die normalen Bosse zu erledigen, aber eben auch die Uber-Bosse zu machen. Aber auch damit nicht genug, denn auch der komplette Atlas Tree und das Map-System wurde wieder überarbeitet. Es gibt zukünftig keine Sextanten mehr oder Master-Missionen. Das klingt erstmal ein bisschen ungewöhnlich, ist aber eigentlich ganz gut umgesetzt. Dafür gibt es jetzt viel mehr und vor allem mächtigere Scarabs, die es uns ermöglichen, das absolute Maximum aus einzelnen Mechaniken zu holen. So könnten wir jetzt zum Beispiel mehrere Ultimatum-Scarabs nutzen, die alle unterschiedliche Effekte haben und dafür sorgen, dass der Encounter im Endeffekt so ist, wie wir ihn uns vorstellen. Und das Ganze gibt es natürlich für alle anderen Mechaniken auch nochmal. Gleichzeitig wurden die Atlas Tree-Punkte so angepasst, dass es jetzt viel einfacher ist, bestimmte Content-Typen oder Liga-Mechaniken auf unseren Maps zu garantieren. Auch gibt es erstmalig Atlas Tree-Optionen zur aktiven Liga. Wir können uns also über den Atlas Tree auf Necropolis spezialisieren. Achja, und bevor ich jetzt vergesse, was viele freuen wird, wir können jetzt bis zu drei unterschiedliche Atlas-Skill-Tree-Varianten freispielen und dann anlegen. Die können wir dann je nach Charakter oder geplanter Farming-Strategie pro Map auswählen und aktiv setzen. Natürlich gibt es auch neue Transfigure-Gems, also die Gems, die letzte Liga neu ins Spiel gekommen sind. Da gibt es jetzt zum Beispiel Varianten von Tornado, Ice Shot und Poison Concoction. Andere Transfigured-Gems, die letzte Liga bereits ins Spiel gekommen sind, wurden im Rahmen der Patch-Notes angepasst. Ohne zu viel über die Patch-Notes zu reden, hat es da, wie erwartet, die Transfigured-Varianten von Stormbrand und Penancebrand erwischt. Aber auch andere Skills wurden, unabhängig davon, ob sie Transfigured sind oder nicht, angepasst, wie zum Beispiel Tornado Shot. Der Skill hat einen ganz schön heftigen Nerf bekommen. Falls ihr euch für die Patch-Notes interessiert, auch dazu werde ich in den nächsten Tagen noch mehr Content machen. Auch einige Kleinigkeiten in der Kampagne von PathRex Alliance haben sich verändert und sollen so für etwas frischen Wind sorgen. Neben diesen Änderungen gibt es aber auch noch die ganzen Quality-of-Life-Änderungen. Die kannten wir zwar vorher bereits, aber hier nochmal im Schnelldurchlauf. Gedrückt lassen, um beispielsweise mehrere Fusings hintereinander zu nutzen, ganze Typen von Currency direkt in ein Trade-Fenster bewegen, bessere Darstellung für Detonate Dead bei Gegnern, Harvest-Craft-Ergebnis ist dauerhaft sichtbar, neue Corruption-Implicits für Maps, Breach-Hände öffnen von alleine beim Drüberlaufen, Pantheon-Upgrades sind accountweit freigeschalten, Uber-Elder-Fragments können umgerollt werden, Aceling-Craft aus Betrayal gibt es jetzt als Orb. Und Maven-Invitations sind jetzt Quests bei Kirak, wenn wir die nötigen Bosse mit Maven-Influence abgeschlossen haben. Und ja, auch das Thema mit den Instant-Skills auf der linken Maustaste wurde thematisiert. Denn vorab bei den Quality-of-Life-Teasern wurde gezeigt, dass zukünftig keine Instant-Skills mehr auf der Laufen-Taste getriggert werden können. Das ist bei einigen Fällen ein bisschen problematisch. Die kritischen Punkte sollen alle angepasst werden. Bei Mainz gibt es zukünftig beispielsweise eine Mean-Mastery, die Mean automatisch bei Bewegung triggert. Aber auch jeder andere Fall soll seine eigene Lösung bekommen, die dann im Endeffekt wirklich für mehr Quality-of-Life sorgt. Welcher Aspekt gefällt euch an Path of Exile 324 Necropolis am besten oder am schlechtesten? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, unterstützt mich damit. Falls ihr weitere Videos zu Path of Exile 324 sehen wollt, dann abonniert jetzt am besten meinen Kanal, damit ihr zukünftige Videos nicht mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal, guten Loot, ciao! Bis zum nächsten Mal, ciao!